Alles rund um den Vereinssitz. Gleich geht's los. Mein Name ist Dr. Raphael Hörmann und wie immer an meiner Seite Josef Renner. Hallo! Bevor es jetzt auch gleich losgeht, abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal und drücken Sie die Glocke. Dann sind Sie immer aktuell, wenn wir weitere Videos in diesem Kanal hochladen. Josef, alles rund um den Vereinssitz. Das ist ja immer so ein eher abseitiges Thema. Die Leute bedenken das nicht so weiter. Was ist denn der Vereinssitz und was hat es damit auf sich? Der Vereinssitz ist sozusagen grundsätzlich die Adresse und der Betriebsmittelpunkt des Vereins. Der wird in der Satzung auch verankert und zumindest auch der Ort wird in das Vereinsregister eingetragen. Genau, aber wenn du sagst Adresse, in der Satzung steht ja nicht Maiglöckchenstraße 7, sondern es steht die Gemeinde dort oder die Stadt, in der sich der Vereinssitz eben befindet. Kann ich da irgendeinen wählen? Also kann ich jetzt zum Beispiel mit dir zusammen sagen, unser Vereinssitz ist Sylt? Geht das? Wenn wir auf Sylt im Endeffekt zu Hause wären, in der Gemeinde dann ja. Wenn nicht, da wir uns ja in München befinden. Also es muss schon der Ortsbezug da sein zu den Personen, die sich auch in dem Verein aufhalten. Orts- und Tätigkeitsbezug. Also unser Bayerischer Trachtenverein, den wir zwei gründen, auf Sylt, der geht so ohne weiteres nicht. Also das heißt, die Satzung regelt mal den Ort. Das ist dann auch der sogenannte Satzungssitz. Die Praktiker kennen immer noch den Begriff des Verwaltungssitzes. Ist das ein akademisches Thema oder was ist denn der Verwaltungssitz und was hat es damit auf sich? Das ist sogar ein sehr praxisrelevantes Thema. Und dazu kommt ja auch, der ist weder in der Satzung eingetragen, dieser sogenannte Verwaltungssitz, noch im Vereinsregister. Das heißt, das ergibt sich durch tatsächliche Tätigkeit. Also dort, wo die sogenannte Willensbildung der Geschäftsführung stattfindet. Und das ist der Vorstand. Also da, wo der Vorstand seine Entscheidungen trifft und meistens wo er tagt. Ja, also wenn der Vorstand im Vereinsheim tagt und das dann eben entsprechend der Satzungssitz ist, dann ist der Verwaltungssitz mit dem Satzungssitz identisch. Interessant wird das Ganze, wenn das nicht mehr identisch ist, sondern das Vereinsheim in einer Stadt ist, der Vorstand aber regelmäßig ganz woanders tagt und der Verwaltungssitz sich damit verlagert. Welche Auswirkungen hat das denn? Insbesondere steuerliche, weil dieser Ort der Geschäftsleitung, der dann vom Verwaltungssitz, also der Verwaltungssitz nimmt, Abstand vom Satzungssitz. Und dort, wo der Verwaltungssitz ist, sagt das Steuerrecht auch, dort ist der Ort, wo ich meine Steuererklärung in der Ertragssteuer abgeben muss. Das heißt also, die Zuständigkeit des Finanzamts hängt am Verwaltungssitz und nicht am Satzungssitz. Gibt es weitere Dinge, die dir einfallen zu dem Thema Verwaltungssitz und Satzungssitz? Ja, das muss man auf jeden Fall auch beachten. Zum Beispiel, wenn der Vorstand umzieht. Wenn man sich zum Beispiel immer bei einem bestimmten Vorstand trifft und dann dort der Ort der Geschäftsleitung ist. Und es verlagert sich dann, der zieht also zum Beispiel von München nach Sylt, wie wir es hatten am Anfang. Das heißt, in Zukunft wäre dann das Finanzamt in Sylt dann zuständig. Also muss man da aufpassen, wo der Ort der Geschäftsleitung ist. Und Geschäftsleitung meint hier nicht eine Geschäftsstelle mit einem Sekretariat, sondern die Willensbildung des Vorstands. Zum Satzungssitz, wie sieht es da aus mit Gerichtsstand? Gibt es da vielleicht noch Themen, die man beachten muss? Also was ist denn das eigentlich, der Gerichtsstand? Das ist dort quasi, wo man verklagt wird oder wo man im Endeffekt als Kläger auftritt im Grundsatz. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, wo ist denn der Sitz? Das wäre eigentlich am Satzungssitz. Dort ist auch der Gerichtsstand, welches Gericht da auch zuständig sein mag. Und darauf muss man schon auch achten. Aber da bleibt am Satzungssitz kleben sozusagen. Also nur weil die Verwaltung woanders ist, ist der Satzungssitz und damit der Gerichtsstand immer der Ort, der eingetragen ist. Das gleiche gilt natürlich auch für das Registergericht. Ihr zuständiges Registergericht ist immer das örtlich zuständige Amtsgericht in der Gemeinde, in der sie ihren Satzungssitz festgelegt haben. Egal, wo sie tagen. Das heißt, das Tagen der Vorstände an einem anderen Ort führt nur dazu, dass die Finanzverwaltung anderenorts zuständig wird, nicht aber die Gerichte. Josef, ich glaube, das war es auch schon an dieser Stelle. Kurz und knackig eine Runde zum Vereinssitz. Ich danke dir wie immer für deine Hinweise aus der Praxis und die Teilnahme. Wie immer gerne. Ihnen danke ich fürs Zusehen und empfehle Ihnen, unseren Newsletter unter www.npo-experten.de zu abonnieren. Da finden Sie alles zum Vereinsrecht und auch zum Steuerrecht für steuerbegünstigte Organisationen. Bleiben Sie dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.